In Paris beginnt heute die Weltkonferenz zur Artenvielfalt. Wissenschaftler und Diplomaten wollen über den globalen Zustand der Natur diskutieren. Dazu haben Experten erstmals nach 14 Jahren einen Öko-Check der Erde erstellt. Mithilfe des Reports will der Weltartenschutzrat eine Art Handlungsgrundlage für Politiker formulieren. Laut dem vorläufigen Bericht sind bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Viele von ihnen könnten bereits in den kommenden Jahrzehnten verschwunden sein.